So Leute, jetzt willkommen zu einer neuen Runde Ark Extinction, Alter. Moin Mädels, moin Jungs. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Ark Extinction, Alter. Ja, war jetzt ein paar Tage her, das Ganze hier. Aber ihr müsst euch mal mehr entspannen. Was wahrscheinlich sehr schnell auffällt, ich sitze hier alleine, aber Hennos trotzdem zuhören. Sag mal was. Wir sitzen natürlich jetzt in der aktuellen Corona-Zeit nicht nebeneinander im Studio. Hier ist Social Distance, Alter. Deswegen nehmen wir jetzt getrennt voneinander auf, aber ab und zu werden wir mal zusammenschneiden hier. Also so mal zu mir, mal zu Hanno. Ja, hallo. Mal zu mir und dann wieder zu Hanno. So. Dadurch, dass das jetzt hier alles ein bisschen länger her ist. Kurz zur Rückblende. Wir haben uns veräßt. Also ich bin enttäuscht. Ist in Ordnung. Nein. Hand auf Blatt. Das ist unsere Zeit, die hier drauf geht. Ja. Natürlich nicht. Was ist denn jetzt? Ich hab geschnippt. Sehr gut. So, und deswegen müssen wir natürlich jetzt hier die, äh, die Wüvern erstmal töten. Jetzt mal dein Maul halt. Hey. Ähm, das heißt, wir sind jetzt hier noch in der Höhle, haben uns das Artefakt gesnackt. Wir haben es im Inventory. Mal hier, looky, looky machen. Da ist das Gerät. Äh, übrigens wurden unsere Level zurückgesetzt, aus irgendeinem Grund. Da lockt man sich zwei Monate nicht ein und man wird vergessen. Das finde ich auch nicht gut. Also die, die verarschen einen. Am laufenden Band. Wir werden jetzt also erstmal wieder zurück in die Base gehen. Und dann werden wir Drachen suchen. Falls ihr euch fragt, ich nehme keine Drogen. Nicht? Nee, ich hab Heuschnupfen. Ist wieder Stoßzeit, ne? So, dann lass mal, geh mal los. Ja, wie viel Leben hat denn dein Drache? Ist ja auch zurückgesetzt. Meiner hat 20.000. Der hatte ja noch ein bisschen was zu snacken, Alter. Ihr, gönn. Meiner hat 20.000 Leben? Warum? Hey! Die waren da sterben. Boah! Was machen wir denn heute? Ja, ich hab doch schon gesagt, was wir machen. Wir gehen Drachenbumsen. Hey, was ist denn los? Ich stelle mir gerade vor, wie ich aussehe, Alter. Ich weiß noch, wie du... Also, das sieht man doch hoffentlich. Ja, ja. Also, ich hab schon ne Tablette genommen und manchmal braucht die ne Weile, eh die wirkt. Oh, scheiß, ich bin abgesprungen im Flug. Ach, hier kann man nicht tauchen. Stimmt. Ey, das Spiel ist auf Englisch auf einmal bei mir. Was haben die mit dem Update gemacht? Oh, die sind Viecher. Verprügelt. Ich muss aber auch erst mal hier klarkommen. Mal scheiße. Da müsste irgendwo unsere Ehrenarmee noch sein, ne? Ja, ja. Wo sind denn unsere ganzen Leute hin? Ja, die kommen noch. Die kommen noch. Sind wir so weit drinnen gewesen schon, ohne die? Ja, ja. Boah, hier alles voller Ekelschlangen. Oh, guck mal, das sind Osterschlangenwetten. Ja, tolles Update. Farbige Schlangen. Oh, shit. Ich hab leider keine Ausdauer. Mach das mal ohne mich. Ich hab leider keinen Platz im Inventar. Hallo? Ja? Bist du am sterben? Wir müssen kämpfen jetzt. Ja, aber ich versuche... Unable to dive here. Boah, ich seh keine Schadenzeile. Ja, ja, ist super nervig. Also mit meinem Dino geht's recht gut. Ich google das mal schnell. 3000 Jahre später. Zwei Minuten Tutorial-Video dazu? Junge, ich will einfach nur den Haken sehen. Ah, das muss man vorher einstellen. Arc-Tutorial. Eine Minute und 14. Entfernung zum Host einstellen. Alter, das ist erst mal so ein krasses Hardman 29 Intro. Da kommt erst mal eine 30 Sekunden Intro und dann erzähle dir 20 Sekunden lang, was man machen muss. Meine Ewigkeit später. Was ist jetzt denn los? Brunter Eier. Ach du Scheiße. Hier ist richtig Rambazamba im Gerät. Ach du Schande. Aber wenigstens gibt es Schadenzahlen. Deine Rettung naht, du Affensohn. Alter, ich bin gleich da. Alter, dein Typ, der fliegt hier durch die Gegend. So, jetzt lass den mal raus, dass der streckt. Ja, ich hab auch keinen Bock mehr. Ist doch mal richtig was los. Okay, okay, Leute. Angetreten. Der eine hat keinen Bock. Doch. Okay, ich bild dir das Schlusslicht. Die rennen dir alle in den Arsch. Dann kack ich erst mal. Nice Fetisch auf jeden Fall. Boah, die schießt redig los. Bap, 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 bap. Ich werde mit dem Stein beschmissen, Bruder. Auf den Griff. Au. Der ist ein richtiger Endboss. Aua. Scheiße, Bruder. Au. Jawoll. Ein Rabbelgolem. Level 20 war der, ey. Guck mal, wie die da reinzulappen. Seid ihr bald fertig, da? Okay, wollen wir weiter? Weil da kommt nichts raus. Ja, warte. Ich loot den mal. Er hat wertvollen Loot, Perle. Echt? Was hat er denn? Hast du es? Ja, ich bin dabei. Bei mir rennst du einfach nur dagegen. Ey, ich hau den mit der Spitzhacke. Mach doch mit, Alter. Ja, gut, dann mach ich da mit. Meinst du, da kriegt man wirklich was raus? Alter, wie synchron die alle slappen. Was war da jetzt? Ey, hast du doch die ganze Zeit links angezeigt bekommen. Nein, mir wurde gar nichts angezeigt. Mit was hast du draufgehauen? Ja, mit der Spitzhacke. Ja, dann hast du es nicht gesehen, Alter, du Euterboy. Oh, da kommt Schlang. Ey, das sind Tausendfüßler. Die sind ein bisschen übler. Ich hab ein Level ab. Also, Kalle, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber hier ist Ackermatch. Ja, das läuft doch gut, Kalle. Ja, ja. Unable to dive. Nee, 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 nee. Da gehen wir vorbei. Oh, bei mir leckt es Ibiz? Ja, ist nicht schlimm. Läuft noch. Alles gut. Ach so, nee, du bist selber. Nicht alles gut. Ich glaube, dein Game hat sich aufgehangen. Ja, bei mir läuft alles super. Jetzt bin ich draus. Nee? Jo. Ja, das Oster-Update. Ah, nee, ich bin drin. Machst halt nicht mit. Voll, lässt mich hier alleine. Geiles Spiel. Ja, ich muss Game neu starten. Der will dich connecten. So, da bin ich wieder. Geil. Moin, Mädels. Ja, das Ding ist, du hast gesagt, dass der dir folgen soll. Und jetzt kann ich da nicht... Alter, Bruder. Er ist richtig auf dem Laufband. Alter. Ich will hier raus. Ich hab Platzangst. Ja, ich muss auch sagen, ich würde hier jetzt langsam echt gerne raus wollen. Ehre. So, jetzt die ganze Scheiße nach Hause schiffen. Und Abfahrt. Ah, nee, warte, wir müssen nach links. Sie haben auch verseuchte Tiere. Wir brauchen eine... Oh! Ja, da habe ich jetzt keinen Bock mehr. Ey, führ du doch die Herde. Mach du doch die Drecksarbeit. Und das ist deine beschissene Aufnahme. Ey, was soll denn jetzt diese Hassaktion? Alter! Ey! Willst alle mitkommen, ihr... ...Piecher, ey. Entschuldigung. Dann bewegt euch hier ab. Alter! Boah, ich reiß jetzt die Bäume ab. Irgendwie habe ich das Gefühl, du bist sauer. Ich reiß die Bäume ab hier. Da ist noch einer. Da hängt noch einer, Max. Da hängt noch einer. Der hat Pech gehabt. Nein! Ja, dann hol ihn doch. Hol ihn doch, Schäferhund. Los. Wow. Hol das Schäfchen. Kannst du mal gucken, ob weiter hinten auch noch was ist? Wie läuft's? Ja, läuft super. Ihre fünf. Komm jetzt mit. Danke. Alter, der lässt sich aber auch bitten hier. Zurück ins Glied. So, abfahrt ihr Lappen. Alter, was macht der? Was machen die hier, ist die Frage. Die haben sich gestern wieder einen Reihen georgelt. Ja, wie so ein Achterarmiger mit Gerhard. Warte, die hängen hier alle fest. Max, du machst das nicht gut. Hä, die kommen doch alle hinterher. Nein, hier hängt die Hälfte noch fest. Ja, aber das ist doch dein Problem. Du bist euer Schäferhund. Was ist mit dem da hinten? Ist der, ist der, geht der nicht zu uns? Der gehört nicht zu uns, oder? Doch. Der gehört zu uns. Ey, Leute. Moin, Mädels. Moin, Jungs. Beide euch. Die KI ist so schlau. Guck dir das an. Der ist so dumm. Der ist... Und dann die singt der auch noch. Das ist wirklich ein geil entwickeltes Spiel. An dieser Stelle. Ich konnte ihm gerade richtig ins Gedichtnis gucken. Guck dir das an. Ach, du Scheiße. Wie sieht das denn aus? Was passiert hier? Das ist eine verbuggte Scheiße, Bruder. Ey! Alles gut. Wir müssen jetzt hier links hoch. Und dann gehen wir am Bogen. Ein Stein. Der deine Scheiße trägt. Alle Zeiten überlebt. Bums ich dich. Heute Nacht. Ja, okay, Kalle. Ich erledige das für dich. Ja, mach das mal bitte. So. Ja, gut, dass ich zehnmal so lange brauche wie sonst. Um diesen Kackstein abzubauen. Ist einfach eine geile Folge. Guck mal. Hast du schon mal gesehen, dass jemand den Arx so lange für einen Stein braucht? Schau, bevor du spielst, ist Game of Vanilla. Weißt du, so native Settings, Alter. Das ist realistisch. Drecks. Kackgame. So. Ja, hast du auch recht, Alter. Es tut mir auch ein bisschen leid. Aber das Ostabdate war einfach super. Wer zieht das Koks vom Toilettenrand? Äh, be-äbe-Sand. Äh, das Kinder-Content hier. Ach so, Entschuldigung. Hi, Freunde. Jetzt bekommen wir zu einer weiteren Runde Arx. Gebt dem Video ein Like und einen Daumen und alles und euren Finger. Heute gehen wir zurück in die Basis mit unserer Ehrenarmee. Hashtag Ehre. Schreibt Hashtag Ehre in den Chat. Ah, nee, es gibt ja gar keinen Chat. Scheiße. Alter, hier hängt schon wieder einer. Also, du hast denen auch irgendwas zu trinken gegeben. Guck mal, wo läuft der denn lang? Wo will er denn hin? Er ist komplett verwirrt. Er weiß gar nicht, was er will. Der kommt da nicht hin. Der kriegt das nicht hin? Der ist gerade gehüpft. Der hüpft. Er versucht es wenigstens. Weißt du? Ich gehe jetzt zu dir. Komm, du schaffst es. Ehre 8. Ich glaube an dich. Level 51. Das kann ich doch keinen Schwanz angucken. Doch, ich finde das witzig. Ja gut, dann komm. So, Base steht noch. By the way. Was versteht ihr an alle Folgen nicht? Ich führe die Herde. Alter. Kannst du wenigstens die Viecher da wegkloppen, die gerade die Ehre am Ehren angekommen? Komm, du bist doch nicht dumm. Oh, Alter. Das macht dich mal nützlich. Mach dich mal auf dem Acker hier. Komm, genau. Schön wegatmen da. Guck mal, ob wir Ehre verloren haben. Ich glaube schon. Wieso bist du denn jetzt hier wieder der Boss? Ich soll doch hier alles machen. Ja, du sollst... Oh, wir haben Ehre verloren. Ehre 15. Aber der ist auch einfach nur slow. Ja, geh mal weiter. Ich mach das schon. Ehre 15. Was ist los mit ihm? Jetzt rennt er los. Rennt er zu mir, oder? Nee, nee. Ich hab ihn. Mir ist irgendwie vorgestellt, dass es schneller geht, aber irgendwie... Ja, du. Also, da fragt man sich, ob das 12 war so für den Fun, weißt du? Für den Moment, die alle mitzunehmen. Und jetzt, guck uns an. Das ist halt überhaupt nicht geil. Das ist richtig scheiße, Bruder. Aber ich will auch nicht meckern. Gut. Oh, wow. Oster-Event. Oh, ist das cute. Ist das eine hässliche Scheiße. Lass weggasen. Wir sind jetzt da. Du musst jetzt nur noch geradeaus und dann recht. Oh, endlich geschafft, oder? Jetzt hab ich wieder versprochen, dass wir diese Drachen jagen und haben es wieder nicht gemacht. Du musst mal am Anfang die Folgen irgendwie anders angehen. Naja, ich dachte eigentlich, dass wir hier in zwei Minuten zu Hause sind und dann losfliegen, aber irgendwie... Müssen wir die Ehre jetzt noch einparken? Wir müssen alles einparken, ne? Dann will ich hier oberkörperfrei rumlaufen. Richtig Ehre. Hey, hör auf. Was machst du denn du da? Du bist langweilig. Ich hab ein Metal in der Rüstung. Jetzt park doch die Ehre ein. Weg da! Das ist lustig, ne? Ja, voll. Ich lach mich kaputt. Ja, das sehe ich. Oberkörperfrei, ey. Oh, ich bin Kalle. Geh da rein, jetzt! Dann lass ich das Metall jetzt hier liegen. Ist mir egal. Wie so ein Huhn. Hör doch auf mir. Alter. Kann man so sein? Wirklich? Alter, du hast mir richtig vor die Füße geschissen. So ein richtiger, mieser Haufen, Alter. So richtig... Also da fühlt man sich als ein Mensch... Stell dir mal vor, jemand kackt dir wirklich original vor die Füße so. Jetzt verpiss dich da vor der Rampe. Sag bitte. Ne, das gebe ich dir nicht. Boah, guck mal, ich kann hier richtig abtauchen in der Scheiße, ey. Nein! Oh, du hast daneben geschossen, du Opfer! Hör auf! Hör auf! Oh Mann! Alter, ich hab jetzt... Ich hab eine neue Frisur. Alter, weißt du, was mich am meisten aufregt? Deezing. Deezing ist wirklich... Ich kann nicht einparken wegen dem Deezing. Ah, dir ist das scheißegal, wie das aussieht, ne? Wir nehmen hier seit einer Stunde eine Scheiße auf. Das bringt hier gar nichts, was wir hier gerade machen. Das ist ein bisschen Entertainment. Wenigstens Scheiße einparken will ich dürfen. Oh Mann! Die Reine da jetzt! Wo rein? Da zu schießen! Es ist einfach alles so lustig. Ich bin... Ehre in das Glas. Coco, ich komme hier nicht raus, Bruder. So eine Scheiße, die wir hier fabrizieren. Es ist so dumm. Warum parken wir eigentlich Dinos? Wie hat es mich umgefallen? Ja, Leute, das war's für diese Runde auf Ark Extinction. Das nächste Mal, wenn ihr wieder einschaltet, sind die Dinge eingeparkt. Ist mir jetzt egal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal jagen wir wirklich Drachen. Ich verspreche euch das. Tschüssi. Sag, tschüss. Äh, ja, tschau. Nächstes Mal habe ich auch Tablette in die Rüstung. Tschüssi.